Was macht uns aus? Das ist eine gute Frage. Was macht uns aus? Die Kölnbrüder in einer Gemeinschaft. Oh, powershaft! Wir haben schon brutale geile Bullock. Wie das ein alter Schrat ist, funktioniert das ganz gut. Wenn alles mechanisch ist, rucke ich mich auf. Ich lasse mich an. Ich bin immer schneller als jeder. Bis man zu fangen kommt, bin ich fertig. Der Raum ist einfach unsere Leidenschaft. Könnten wir abends haben. Kann man überdringen. Nein, ein Werk und eine Stange kann jeder kaufen. Wir gehen ganz einmal in die Arbeit, acht Stunden. Dann schauen wir bis um elf, zwölf, abends weiter. Wir machen nicht, dass wir es ausgereich grösspielen oder Goldfisch streichen. Sondern wir schauen dann weiter. Warum macht man das? Weil man mit den Steppen arbeitet. Das ist nach wie vor eine Arbeitsmaschine. Und warum arbeitet man damit? Weil man Landwirtschaft verbunden hat. Wenn ich irgendein Hobbyobjekt brauche, dann kauf ich mir irgendein schickes Motorrad. Da fühle ich angenehmer als auf so einem Saubock rumhocken. Der Markenkampf da ist auch schön. Das gehört dazu, dass ich aufzwicke ein bisschen. Das ist ja total langweilig. Wir werden zwar nicht immer in der Farbe feiern, aber in der Sache sind wir da für ein kleines Hulofach. Wir haben von den Kölnbrüdern, wir halten alle zusammen. Das ist ganz klar. Absolut geiler Haufen. Versucht. Wooh. Da geht er. Ihr Sandlico geht wieder. Dicke Bomben, dicke Düse. Adgetriebe liebe Grüße. Wanderrauch, da geht er. Ja Sandlico geht wieder. Dicke Bomben, dicke Düse. Adgetriebe liebe Grüße. Wooh. So schüttelst du das gar nicht wieder so.